Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Huss, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Da haben Sie den Platz auf dem Flügel. Ball kommt weit. Riesenschutz, aber neuer ist da. Aus der Distanz. Boah, das war nicht einfach. Kane. So, Sie kommen, Sie greifen an und jetzt schauen Sie. Okay, gut. Frühes Tor ist immer wichtig. Jetzt ist der Jubel groß. Stark, wie er sich da durchgesetzt hat und dann auch cool geblieben beim Abschluss. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Weiter am Ball ab, er findet kein Mittel. Da macht er fast das so mit diesem Havar. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeld. Da ist Komaan. Klasse Aktion. Komaan. Vielleicht jetzt. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Situation. Der– Der Ball ist ein Traum. Das ist dieser Torriecher, genau da muss der Ball hin und da geht er auch hin, kommt das Tor. Jetzt eine Chance, so und jetzt bin ich mal gespannt, da ist das Tor, sie verkürzen, jetzt fehlt nur noch einer und ich glaube da geht noch was. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage, Treffer aus Kurzall ist dran, ist kein Schmerz. Der Licht. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus, da haben sie den Ball. Tor und jetzt ist hier alles wieder offen, zwei Tore lagen sie hinten, aber sie haben nie aufgegeben. Kurze Ecke, ja ja, wir sehen es hier, das sind Tore, da gibt es immer Fragen, Stichwort Torwart Ecke. Damit endet die zweite Hälfte und es gibt keinen Sieger. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Chance zur Führung, schöne Aktion vom Torhüter, er hält sein Team im Rennen. Zumindest der eine Punkt scheint ihm jetzt so gut wie sicher. Kein Sieger hier bisher, es wird nochmal richtig spannend, jetzt geht's Elfmeterschießen. Jetzt geht's, das Elfmeterschießen beginnt. Klasse Treffer, unglaublich. Er bereitet sich auf seinen Elfmeter vor. Ein ganz sicher verwandelter Elfmeter. Torwart ausgeguckt und dann ganz sicher getroffen. Wenn der Keeper sich bewegt, ist er drin. Mit Vollgas in die Mitte. Kein Tor, Neuer hat ihn. Der Torwart hat ihn. Das gibt ihm jetzt noch mehr Sicherheit. Drin ist er. Alles ist bereit für dieses Duell. Super Elfmeter, das ist Maßarbeit genau oben ins Eck. Einfach in die Mitte und drauf. Ja, da fackelt er nicht lange. Das ist mal ein Elfmeterschütze. So musst du einen Elfmeter schießen. Das ist fast schon ein unmenschlicher Druck. Denn nur wenn er trifft, bleiben sie im Spiel. Und drin. Er macht sich bereit, den Elfmeter auszuführen hier. Eiskalt verwandelt. Sehr souverän getroffen und überhaupt keine Nerven gezeigt. Da darf er sich feiern lassen. Er hält den Elfmeter, er hält den entscheidenden Elfmeter. Und das sind die Szenen, die jeder Torhüter liebt. Von denen er träumt. Die Szenen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020